Na super! Ja, why not? Okay, ich wechsel wieder. Gut, dann hau ich ihm noch mit meiner letzten Magie da drauf. Hä, wir sind nur noch auf den. Der wird fernscht. Not hitting it! Mhm. Wann hier ein Gegner? Ja, hier waren noch welche. Und dann kämpfen wir hier vorbei. Oh! Ich wollte kämpfen. Mal gucken, ob wir hier gut einkaufen können. Hat der einen Bart? Ich weiß es nicht. So, schauen wir mal. Ja, das bringt was. Ja, das ist auch was. Ja, aber... Ich denke, das ist beides. Das ist einmal eine Halskette und einmal eine Krone. Also einmal... Ja, die haben das Kopf mit der Krone. So. Ah! Was für eine Sound! Und noch was für dich. Boah! Ich trinke dabei mal. Mhm. Ich geh aber weiter einkaufen, hier auf die Waffen. Guckst du denn? Ja, schlaf mal. Ja. Wann hinten? Auf dem Waffenshop? Ich glaube schon, aber nur wenn's Nacht ist. Kann das sein? Können wir ja mal gleich gucken. Ja, rüste uns mal aus. Oder wollen wir erst... Nacht werden? Ich rüste schon mal aus. So, du bekommst erstmal das Kopftuch. Und eine... Irgendwas am Hand. Power Wrist. So, ich bekomme... Moment. Ja, den Emerald Tiara. Die Smaragd Tiara. Und das Nebel... Amulett. Amulett. Hätte ich jetzt gesagt. Jo. So, du bekommst dein... Mock... Deine Mockmütze und... Deinen Mondring. Wir haben immer noch nichts bei der untersten Sache, gell? Mhm. So, da haben wir das in. Das heißt, wir können mal ein bisschen zur Nacht schlafen. Genau. Vorbei. Zuerst. Zusammenpflanzen. Shuriken. Ja, das ist wieder ein Wurfgegenstand. Mhm. Und Groundrop. Okay. Das ist alles, was ich verbraucht hab vorher. Ja, warum nicht? So. Yes. Night. Goodnight. Eigentlich nur Good Evening. Ich weck dich in einer Stunde wieder auf. Genau. So, aufgeweckt. Und Dini's Day. Oh. Das ist sehr böse. Machen wir Spaß. Das ist ganz sehr praktisch. Ja. Das heißt, wir können richtig schön... ...Dene aufs Maul hauen. Mhm. So, schauen wir mal, ob der wirklich bei Nacht da ist. Nee. Kann da vorbeilaufen. Ja, das ist der andere. Ja, das ist der andere. Aber es sind die gleiche Affen. Okay. Okay, gut. Dann passt es an. Na gut. Dafür, dass die anderen die Rüstungen hatten, hatten die hier die Accessoires. Mhm. So, gibt's hier... Nee, das ist ne... Das ist ne... Das ist ein Pub. Ist wunder irgendwas? Warte, ich schau mal. Was steht denn hier eigentlich? Okay. Die. Da ist Night im Laden. Gucken wir mal, ob was da... Vielleicht gibt's irgendwas interessantes. Wir können noch ein paar Angels Braids kaufen. Haben wir ja vorher gesehen, dass wir nicht so viele hatten. Wie viele? Mach bis 15.000. Okay. Okay. Das finde ich übrigens sehr geil, dass man sich so viel kaufen kann. So, danke. So, danke. Auf meine Eins. Vier Stück. Moment, was ist da links? Darunter. Das ist wirklich ne super Erweiterung gewesen. Finde ich einfach nur, dass man sich mehr kaufen kann. Man kann sogar ins Lager stecken und sie dann irgendwie nach dem Kämpfer ausholen. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube nicht. Schau mal ganz kurz hier rein. Und was sagst du? Du siehst jetzt mal aus. Dammit! The Thieves took all my Packs. The Navarro Thief Guild has been attacking travelers in the desert lately. Be careful. Did you hear the rumor? Navarro Sand fortresses been overrun by demons. Okay. Schau mal hier raus. Hi. According to ancient Jacks, the standard was once a lush green forest. Aha. People began battling for control of mana, the forest without a way. This is all that remains of the great forest. Where it disappears will be nothing left. Das sieht nicht wirklich nach einem Wald aus. Also es hieß scheinbar soll die ganze Wüste mal ein Wald gewesen sein. Ja. Vor langer 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 Zeit. Kann man hier? Nö. Kann man auch nicht langen. Doch hier. Hier. Du hast irgendwas gefunden. Toll. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ein Geheimat ist nach da draußen. Sollen wir uns vielleicht nochmal in der Stadt umschauen oder? Wie du deinen Arsch entgegenstreckst. Du hast nichts drunter. Hast du das gesehen? Hm. Okay. Hier gibt es anscheinend nichts mehr. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass wir irgendwas in der Stadt nie übersehen haben. Ja. Dann. Gehen wir mit den Leuten. So. Irgendwas. Cool. Ich bin irgendwie ins Haus. Ne. Hä? Was? Achso. Das war leid. Stopp. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir was. Schauen wir mal, was passiert, wenn der Tag ist. Dann laufen die Leute ja auch auf der Straße rum. Hm? Ja. 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 Kann man machen. Der schöne Undini-Tag. Ja. Es tut mir leid. Aber. Es kann ja noch sein, dass es immer noch Dienstag ist. Nein. Es ist nicht. Right. So, ja. Können wir noch mal machen. Wir haben ja drei Monster getötet. Das ist ein bisschen extra Erfahrung. Das ist eine wichtige Komponente hier in dem Spiel. Erfahrung. Ja. So. Dann Weapon- und Armour-Versions. One or the other is always asleep. Why can't you do it? It's a civilization. Oh. Ah. Value of Flames. The fire out there have gotten really intense lately. There are more monsters too. Don't go there on Salamandas day. Ha. Mhm. Okay. I saw a group of these head off towards the Value of Flames. I wonder what they'd be up to in the position. Okay. Das reicht mir. Wir gehen nach Westen. Where else? Ah come on. Come on. That's Nann? Ja. 204, Alter. Ich hau rein. Du machst schon bösen Schaden. Ja, wenn es ihre Schwäche ist, sorglich. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Nachhinein sagen würde, mir wäre es fast lieber gewesen, wenn wir zuerst die Wüste gemacht haben. Oh, verdammt. Ja, ich glaube, das wäre wirklich etwas besser gewesen. Ja, weil hier sind nicht so viele Magier. Na, wer weiß, was gleich noch kommt. Ja, das stimmt. Ich habe auch noch einen Viech an, okay. Könntest du mal angreifen, Junge? Der meint ja auch eben, wenn Monster sind erschienen und so alles Mögliche. Das heilt sich. Ja, wie viel denn bitte? Ja, es nützt ihm trotzdem nichts. Akku und Chocolate. Schön. So, dann halt weiter nach Westen. Bis wir da nochmal kurz vorbeigeschaut haben. So, das war das Ding ausbrechen. So. Haben wir ja nochmal ein bisschen Verteidigung dazu bekommen. Ich glaube, jetzt am Baller sitzen drei oder vier Verteidigungspunkte. Was meinst du? Wie meinst du das jetzt hat? Ja, die hat mich die Accessoires gekauft. Ach so, ja, ja. Auf jeden Fall. Oder die drei, glaube ich, anders. Für jeden. Auf den Boden mit dir. Das sieht echt geil aus. Auf den Boden der Tatsachen. Wow. Ich wollte schon sagen, dass ich den hat überlebt, oder was? Echt traurig, ey. So, ich würde sagen, hier auch nach Westen, oder? Ja, geht ja gar nicht anders. So, victory. Was für eine Arme, so eine Bulette. Ah, das untere trifft es nicht. Dann gehe ich ein bisschen weiter runter. Kommst du mal her? Kommst du mal her? Ja, komm her. Jetzt kommst du, aber jetzt wird es auch getroffen. Ja, gut, da ist der Englische, das heißt wahrscheinlich Bulette einfach, oder? Bullet. Na, kann sein. Nein! Kann sein. Zack. Schlitz. So in etwa, eher punch. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so ausgesehen, dass du jetzt mit dem Fuß so einen Schlitzer machen würdest. Schlitz, Schlitz. So, und jetzt? Juhu, lebt noch einer. Da. Alter, wie viele sind die hier? Viele. Kann ich endlich mal? So, jetzt. Oh, der arme. Kriegt gleich zwei Spezialattacken. Mit der Klasse. Ja. Hat er verdient. Bam. So, nach unten? Okay. Aber jetzt geht es hier wieder in die falsche Richtung. Ich habe keine Ahnung mehr, was die richtige Richtung ist und was die falsche. Nach Westen müssen wir. Ja, ja, aber es kann ja sein, dass wir zeitweise nach Süden müssen. Und dann nach Westen wieder. Und dann wieder nach Süden. Dann wieder Westen. Dann Osten, Süden, Westen. Das weiß man ja bei solchen Spielen nie. Dann gehen wir gleich nochmal kurz hoch und schauen nach, ob da was ist nach Westen. Sorceress. Dann? Oh, Intelligence geht nicht. Kann ich nicht nehmen. Dann nehmen wir Vitality. Okay. Und du hast auch deinen Spielen. Strange geht nicht. Aber ich werde jetzt auch ein bisschen auf Agility gehen. Weil scheinbar soll ich dadurch auch meine Treffer-Dinge gehen. Und ich habe gerade eine neue Attacke gelernt, habe ich gesehen. Saint Beam. Beim nächsten Gegner. Ah, das ist auch meine Level-2-Lichtattacke wahrscheinlich, glaube ich. Die ich nicht nur auf einen Gegner machen kann. Das kann sein. Warte, erst nochmal nach oben und links gucken. Okay. Links, da nach links. Da. Ah. 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 So. Ja, nee. Fack. Sollte ich den Beam machen. Ist egal. Bleibt ja noch einer übrig. So, schauen wir was. Musstet der sogar. So. Schauen wir was. Du hast ihn angepinkelt. So in etwa. So, sonst ist hier aber kein Weg, ne? Nee. Leider nicht. Na dann. Leider geil. Schau, das hat jetzt schon... Ja? Das hat jetzt schon so aus, als ob es hier weitergehen würde. Und die werden wir dann auch noch dazu da, um einfach nur die Gegner hier wieder respawnen zu lassen. Und ein bisschen weiter oben. Ja, ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Da geht's aber noch nach Norden. Dann. Gehen wir da lang. Gleich. War der noch tot? Ja. It's a drop! Okay, dann waren wir da unten also ganz richtig. Hab ich das noch eingezählt? Ja. Hast du. Sehr gut. Du, der Sampi kann ich dann eher gegen Bosse benutzen oder so. Wahrscheinlich. Vor allem welche mit Liebenschwäche. Aber ich würde jetzt trotzdem deine Eisschwäche ausnutzen. Hier. So, hau den kaputt. Danke. So. Wieder zurück. Das ist wirklich sogar der einzige Weg, den wir gehen können, jedenfalls. Na dann. Ich muss bedenken, wir waren das erste Mal richtig. Sind aber nochmal zurückgegangen, um alle falschen Wege abzuklappern. Ja, weil wir einfach nicht glauben wollten, dass einer anders so richtig bewegt ist. Aber ist doch gut, so haben wir alle Sackgassen ausgemerzt. Die Vögel machen auch fast keinen Schaden mehr. Du brauchst nicht, du brauchst nicht. Achso, du kannst heilen, wenn du willst. Ja, wollte heilen. Bam! In your face. Wie der Vogel schaut. Nein, es heilt sich! Au, 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 heilt euch nicht. Denkt er sich. Halt, Ruhe. Oh, ne? Erfischt du's? Ja! Star-Dust Herb. Für so einen Schrott. Au. Ah, die kennen wir doch. Kennst du die beiden noch? Nicht so ganz. Das waren diese Ninjas, die wir nach der Fratzenwand da besiegt haben. Ah. Stupid... Ja, hört auf zu. Stupid girl, you're not cursed anymore, so look alive. Bill, Ben, this is your last chance to prove yourself. Guard the entrance. Sie ist nicht mehr verflucht? Entscheide? Ich hab keine Ahnung. Hey, you're in the way. This is as far as you go. It's mobile like Ant-Time before your dark power. Fusion! Ha! Wir machen den falschen Tanz. Ich hol's hier eins, äh, Laserbeer. Safe. Schau. Danke! Also, geht auf alle. Er kann Feuer. Magical Fleck, genau. Was? Und dann mal die für schlechte Brenner. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Ja, ich merke. Du kannst gleich mal ne Masterheilung machen. Hab ich vorgehabt. Wollen wir weiter, nochmal ein Masterheilung machen, das ist ja besser. Ja. So, und man soll aber direkt dahinter kommen. Bis zum nächsten Mal.